Alles gut? Bei dir? Wo ist deine Schwester? Wir sind auf dem weltberühmten Hollywood Boulevard. Oh, hey, Ladies. Ladies, wie läuft's denn so? Hey. Was soll das? Sie sollte hier sein. Du denkst, was immer Papps getötet hat, ist da draußen. Was hast du gesehen? Es war groß. Es ist in der Wolke. Es war schnell. Ich konnte es nicht wirklich sehen. Wir brauchen die Aufnahme. Welche? Na, die. Den Money Shot. Unwiderlegbar einzigartig wie. Den Oprah Shot. Den Oprah Shot? Kannst du noch hochschwenken? Ein bisschen mehr? Wollt ihr mir nicht sagen, was hier abgeht? Scheiße, nein. Irgendwas ist hier draußen. Und Sie sind der einzige Mensch auf der Welt, der es filmen kann. Diese Wolke hat sich kein bisschen bewegt. Habt ihr ein Ufo in dieser Wolke gesehen? Wir haben es gesehen. Heilige Scheiße. Los geht's, Baby. Los geht's. Los geht's. Es ist groß. Sie sind wütend. Wollen Aufmerksamkeit. Es ist über uns. Ich glaube, es kann einen nicht holen, wenn man es nicht ansieht. Es kommt. Nicht hinsehen. 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 Los geht's. Lass mich. Ich versuch dich zu retten. Mein Bruder ist da draußen. Nope.